Das war fast synchron, Herr Pulaute und Herr Schalpern. Wunderbar. Danke für den Startschuss. Und die erste Mannschaft hat das Rennen über die Distanz von 5,1 Kilometern. Danke für die Frage mit der Startgenau. Und während uns die Mannschaft vom Türkerl der E-Fuhr noch gegeben hat, passiert. Jetzt in die Schlussrunde. Danke schön. ...Nationalen Meisterschaften im Querfeld ein. Thomas Moses. Wir begrüßen mit der Startnummer 26.